Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Ich glaube, der Wert von der Gemeinschaft, von der Friedemann Love Community zum Beispiel, ist unermesslich. Es ist zum einen dieser Zusammenhalt, dieses gemeinsam unterwegs sein, das uns viel leichter unsere Träume und Wünsche und Ziele erreichen lässt. Es ist zum anderen eine Inspiration, weil wir immer neu in diese Energie mit hineingenommen werden. Und es ist auch dieses Miteinander feiern, wachsen, entfalten, erweitern. Und von daher danke, dass ich nicht nur alleine träume, sondern, dass du vielleicht Lust hast, mitzuträumen und mitzugestalten. In dem Sinn, einen wunderschönen Tag.